Eigentlich müsst ihr nur drei Dinge wissen über den sechsten Spieltag. Zum einen, dass die Augsburger dem Gegner den drittmeisten Ballbesitz lassen in der Bundesliga-Saison. Zum anderen, dass Vincenzo Grifo mit Ballbesitz und vor allem über Standards richtig gefährlich sein kann und in der Vergangenheit bei Heimspielen immer wieder explodiert ist. Und der dritte Punkt ist, dass Vincenzo Grifo eventuell mal im Gerasin, im Boniface und im Kane die Range laufen kann. Und alle Grifo-Besitzer, Glückwunsch, das können MVP werden am Wochenende.